Hallo liebe Motorradfreunde und herzlich willkommen bei Hepco & Becker. In diesem Video stellen wir euch unser Lockit Tankrucksacksystem vor. Das neue Tankrucksacksystem von Hepco & Becker bietet verschiedenste Möglichkeiten den Tank individuell zu bestücken. Vom kleinen Daypack Small bis hin zum großen Street Tourer XL steht für fast jeden Tank eine Tasche bereit. Die Taschen bestehen aus einer formstabilen, tiefgezogenen EVA-Bodenschale in Kombination mit verstärkten Seidenwänden, die mit Polyester überzogen sind. Montiert werden die Taschen mittels eines individuell angepassten Edelstahl-Tankrings. Eine Ausnahme bildet hier das Daypack Small, das mit der handelsüblichen Magnetbefestigung ausgestattet ist. Die Befestigung der grösseren Modelle erfolgt dann über den Gegenhalter an der Tasche. Der Gegenhalter kann im Montagekanal fahrzeugspezifisch angebracht und somit auf jeden Fahrer individuell zugeschnitten werden. Neben einer integrierten Regenhaube stehen verschiedenste Features zur Verfügung. Die Tankrucksäcke Tourer M bis XL verfügen über ein Kartenfach, das auch als Ablage für Smartphones oder Navis benutzt werden kann. Zahlreiche kleine Fächer bieten zusätzliche Ablagemöglichkeiten, um den Inhalt der Tasche ordentlich zu sortieren. Durch einen Erweiterungsreißverschluss lassen sich die Taschen noch vergrößern. Vielen Dank für euer Interesse. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Website www.hebco-becker.de 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 www.hebco-becker.de